hallo liebe gemeinde hallo liebe freunde herzlich willkommen zu einem weiteren input von live von limited ich bin tony heule ein mann besucht ein museum beim durchgehen kommt er zu einem großen skalett von einem dinosaurier er fragt den angestellten wie alt sind diese knochen da der angestellte überlegt kurz sagt 70 millionen jahre fünf jahre und drei monate was so genau können sie das sagen wie geht das ganz einfach als ich hier angefangen habe zu arbeiten war der dinosaurier 70 millionen jahre alt und ich arbeite hier seit fünf jahren und drei monaten heute schon gelacht ich hoffe schon ich hoffe mindestens jetzt in sprüche 17 vers 22 sagt die bibel ein frohes herz tut dem körper wohl ein zerschlagener geist trocknet ihn aus die englische bibel sagt am er hat du es gut like a medicine ein fröhliches herz ein lachendes herz ist wie medizin ich glaube sogar dass es wissenschaftlich erwiesen ist dass leute die mir lachen leute die fröhlich sind gesünder und länger leben es ist einfach gut zu lachen über witze über geschichten über lustige szenen im fernseher oder in der nachbarschaft wo immer aber eins habe ich festgestellt in den letzten jahren am meisten lachen die leute wenn sie gemeinschaft haben wenn sie mit freunden zusammen sind wenn sie in der lustigen runde sind oder in einer wandergruppe oder in einer turngruppe da wird immer gelacht so gebe ich dir heute einen guten tipp rufe ein freund an und lach mit ihm oder besuche eine gruppe oder suche deine freunde oder geht zum turnen und lache herzlich das wird dir und deinen freunden gut ich wünsche dir einen wunderschönen tag und einen fröhlichen tag denn das ist gut für dein herz und für deine familie und für alles in deinem leben bis morgen zu einem weiteren input und live unlimited weil das leben mehr ist